die zahl 3 zieht sich schon magisch durch mein ganzes leben weil ich wollte schon immer einen 3er bmw haben außerdem habe ich in der schulstraße 13 gelebt als kind und meine telefonnummer ging mit drei los 37621 jetzt reicht das irgendwie nicht ganz zum verschwörungstheoretiker a la xavier naidu oder wie heißt dieser verrückte vegane koch und ich kann sagen die zahl 3 wird uns alle umbringen bill gates will uns dreimal töten nein es reicht allerdings für mein heutiges review denn hier steht der x3 als 30 ja und das ist ein plug-in hybrider suv in der kompaktklasse bzw mittelklasse wir hier steht ja der ist ziemlich förderfähig aktuell deshalb richtig was für die allmanns von uns da draußen und ich will euch den heute ganz gern vorstellen was werden wir also mit diesem auto was hier in der x-line steht zusammen machen wir schauen uns außen an wir werden den historisch preislich einordnen ich werde mit euch auf die rückbahn springen wir werden über den kofferraum sprechen über die lademöglichkeit über die reichweite über dem motor der drin ist über die motoren die es gibt in diesem modell über die sinnhaftigkeit von diesem modell wir werden natürlich fahren ich werde ein fazit machen eben alles was euch und mich zu diesem auto interessiert ja und dann geht es jetzt auch los aber bevor es eigentlich los geht ist noch eine sache falls euch dieses auto zu teuer sein sollt könnt das natürlich leasen und wir haben ein leasing vergleichsplattform dafür an der hand beziehungsweise eine suchmaschine die vergleicht und sucht für euch den garantiert besten preis unter den teilnehmen plattformen wie leasing markt wie null leasing wie vehiculum das ist goleasy unter goleasy slash auto tester findet er dann den und in verbindung mit einer dienstwagen besteuerung von 0,5 prozent kann das sehr viel sinn machen hier seid da gelandet bei www.demautotester.de eurem verschwörungstheoretischen auto tester das vertrauen sie findet uns auf instagram facebook youtube tik tok abonniert am besten alles vor allem hier auf youtube macht die glocke an macht mich und euch froh ist meine belohnung euer lohn kann man das so sagen andersrum unser lohn eure belohnung dann geht es jetzt auch los mit mir und dem x3 als 30e kommt mit öb 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 ja und hier steht da jetzt und erst mal sprechen wir über die historie und dann ist es ja immer ganz interessant ist das jetzt ein wichtiges modell für den hersteller und ich kann euch sagen ja ist es weil den x3 gibt es nicht nur dritter generation sondern auch seit 2003 die zahl 3 es ist heftig heute ja und der hat sich seit seiner markteinführung etwa 300.000 mal verkauft und er hat sich alleine im jahr 2019 was sein erfolgreichstes verkaufsjahr war jetzt ratet mal 30.000 mal verkauft ja und deswegen ist es umso überraschender dass hier die dritte generation die seit 2017 gibt so lange kam damit gewartet hat dass es jetzt hier ein plug-in hybriden antrieb gibt und ja es gibt inzwischen jetzt drei suvs bei bmw mit plug-in hybrid antrieb das ist der x1 mit dem 45 e das ist der x5 mit dem 45 e und jetzt eben hier der x3 mit dem 30 e und dann ist eine große sache der x3 ist der erste bmw den es mit drei verschiedenen antriebsarten gibt warum was ist das das sind natürlich die verbrenner und benziner und diesel das ist natürlich hier ja der plug-in hybride der jetzt seit anfang 2020 auf dem markt ist und ja es ist natürlich jetzt der x3 also die vollelektrische variante mit 460 kilometer reichweite die jetzt mitte 2020 schon auf den markt kommen soll und dann spricht man natürlich über die wettbewerber und was sind die hauptwettbewerber wie viel gibt es davon drei das ist natürlich der audi q5 als plug-in hybrid der hat glaube ich aktuell echt zehn oder elf monate lieferzeit das ist der mercedes glc als plug-in hybrid der ist auch relativ beliebt ja und das ist der volvo xc60 als plug-in hybrid t6 heißt er dann der ist auch richtig beliebt aber warum sind denn die ganzen modelle so beliebt man sieht jetzt so corona zeit verbrenner die verkaufszahlen gehen runter wir haben elektromodelle und plug-in hybride die verkaufszahlen gehen hoch naja der staat sagt also erstmal das ist unabhängig jetzt vom antrieb wir haben halt hier eine förderung erstmal in der mehrwertsteuer 16 statt 19 prozent da lohnt sich zurzeit auch ein auto zu kaufen und dann haben wir ein konjunkturpaket in verbindung mit einem umweltpaket und wenn wir jetzt so ein plug-in hybriden haben hier wie den dann ist es natürlich so okay wenn der jetzt eine rein elektrische reichweite nach wltp von über 45 kilometer hat und ja weniger als 50 gramm co2 auf 100 kilometer rechnerisch braucht dann haben wir eine förderung von unter 40.000 euro da liegen wir beim plug-in hybriden bei 7500 euro zwischen 40 und 65.000 euro liegen war immer noch bei 5.500 euro förderung bei rein elektrischen modellen ist es dann unter 40.000 sogar 10.000 euro und hier haben wir dann ja jetzt die möglichkeit statt einem prozent dienstwagensteuer 0,5 prozent zu zahlen aufpassen muss man mit dem auto weil er je nach felgengröße und ausstattungsvariante teilweise nicht in den förderbaren bereich fällt hier tut das weil wir haben hier auch ja dieses e-zeichen unter anderem drauf und jetzt genug zur einleitung wir sprechen über die optik des autos 4 meter 71 lang ist meter 89 breit und meter 68 hoch also schon ganz schöner trümmer ne und ich war mit dem kumpel von mir bmw-fan einer der wenigen auto kumpels freunde die ich habe und er hat gesagt ist x5 ne ist ein x5 und ich so nein ist ein x3 und mir geht es ja selbst so wenn ich die autos sehe von bmw dann fällt es mir schwer weil der x3 ist natürlich gewachsene neue generation der x5 auch aber es ist gar nicht so einfach dann guckt man gerne mal aufs typ schild aber das werden die x3 kunden natürlich lieben dass man das gar nicht mehr so sehr auseinanderhalten kann ja und jetzt schaut man den hier an was haben wir wir haben die basisausstattung advantage x line luxury line und m sport hier ist die x line drauf wir haben hier auch so satinierte nicht sataniert sondern satinierte elemente hier ja in der niere auch drin aufrechte streben sehr schön ich mag auch dieses blau dann haben wir hier unten eben die leuchten hier haben wir die led leuchten adaptiv sind die auch steht hier drauf sind jetzt nicht die matrix led leuchten die haben aus meiner sicht so ein blaues laser schwert element drin ja hier unten so einen angedeuteten unterfahrschutz hier haben wir dann alles quasi drin für die assistenten wo auch echt eine menge untergebracht ist ja nicht was bmw in der optik ausmacht da könnte auch julian fragen ist immer die sind natürlich präsent es ist nicht wirklich zurückhaltend aber sie sind auch irgendwie klassisch bei den münchenern und das lieben die kunden 18 bis 20 zoll felgen bekommen wir hier sind jetzt 20 zöller drauf das ist mega schönes felgenbett hier drin klassisch wunderschön wir haben plastik um die rathäuser im schweller bis hinten rum hier noch mal so eine schweller verbreiterung dann haben wir hier silber um die fenster hinten abgedunkelte scheiben hier so ein bisschen schmutzig aber so ist es halt manchmal alles in wagenfarbe was können wir dann hier drin haben bei diesem auto wir können natürlich ein adaptives fahrwerk haben das haben wir hier drin wir können noch eine sportbremse haben hier drin wir können auch noch eine sportlichere lenkung haben und eine sportlichere achtgang automatik aber dann ist eine frage plug-in hybrid da gibt es immer noch viele fragen was ist das wie unterscheidet er sich von einem vollhybriden oder ja dann teilweise ein reinelektroauto also wir haben hier die möglichkeit dieses auto an der steckdose zu laden hier vorne links bei bmw ist das äußerlich unterscheidet sich der bleibt übrigens kaum von den normalen verbrennern und wie ist das also mit schuko stecker zu hause an die steckdose werde in unter sechs stunden voll was schon mal ganz okay ist das wäre über nacht und die schnelllademöglichkeit begrenzt sich auf bis zu 3,7 kilowatt und damit wären dreieinhalb stunden voll was auch okay ist das heißt man kann ihn zu hause über nacht vielleicht mit nachtstrom sogar oder bei der arbeit laden und dann ist er wieder voll finde ich ausreichend man könnte natürlich jetzt sagen ja vielleicht eine größere schnelllademöglichkeit wäre auch noch gut okay also hier lädt man ihn hier haben wir noch mal so eine kleine kieme das heißt dieses auto im vergleich zu einem vollelektrischen auto hat allerdings noch den vorteil dass er auf der anderen seite einen 50 liter großen benzintank hat muss man das auto dafür jetzt aufmachen dass der aufgeht und damit hat er halt eine reichweite von 700 kilometer die rein elektrische reichweite nach wltp ist hier etwa 45 kilometer die haben wir auch tatsächlich erreicht jetzt ist natürlich die frage moment wo sitzt denn der akku jan irgendwo muss er doch sein der 12 kilowatt stunden große akku sitzt unter der rückbank was interessant ist von der reichweite habe ich euch erzählt und ihr sagt ja wo ist denn dann der nachteil beim auto es ist natürlich ein bisschen schwerer als ein reiner verbrenner und wir haben bisschen weniger kofferraumvolumen das auto hier zieht zwei tonnen was interessant ist und für die meisten ausreichend und von hinten ist es eben der klassische bmw look schön große leuchten und hier steht es drauf x drive 30 e an diesem kleinen 30 er kennt der nachbar der jan ist aber grün unterwegs zwei auspuff endrohre hier auf jeder seite was schönes hier unten noch so ein unterfahrschutzen angedeutet was sehr es wie ist dachkanten spoiler hier oben drauf zurückhaltender look eben wie ich finde und jetzt mache ich euch die kofferraumklappe auf weil da ist natürlich dann der hauptnachteil zu erkennen jetzt haben wir hier ein kofferraumvolumen von 450 bis 1500 liter in den verbrenner varianten sind das dann glaube ich 550 bis 1600 liter wir haben hier da eben ein bisschen eine erhöhung im ladeboden hier ist übrigens der schuko stecker zum laden an der steckdose das etwa einmal hier steckdose einmal hier vorne auto was praktisch ist und dann haben wir hier eben ich packe euch das einfach noch schnell aus bei diesem stecker eben die schnelllademöglichkeit und ihr seht das was viele kritisieren und ich habe im volvo händler gesprochen der gesagt gern wir bekommen die xc60 zurück die meisten haben noch nie den stecker ausgepackt wir haben das auto also noch nie geladen was ich richtig bescheuert finde weil sind wir mal ehrlich dieses auto gibt nur dann sind wenn man es auch an der steckdose lädt und dann haben wir hier noch so ein doppeltes fach dann war hier noch mal so netz drin was bei bmw halt immer ganz charmant das ist halt premium das heißt wir haben hier schön noch mal so eine ladesicherung als jalousie die kann man auch raus machen schön unten verstauen dann haben wir hier noch mal eine steckdose hinten drin schönes ja und dann ist natürlich auch schön und durchdacht schaut mal hier wir können auf beiden seiten bequem wir einfach so hebel hinten die rückbank umklappen haben dann kaum ladeflächen verlust quasi das ist schon ganz gut finde ich aber was natürlich jetzt eine entscheidende sache ist es nicht bekommen wir die oma da hinten rein oder wann kommt das nächste mal die zahl drei vor in dem video auch in dreieinhalb stunden lässt er sich laden also für jedes mal wo er jetzt eine 3 erkennt könnt ihr quasi einen strich machen und mir dann in die kommentare schreiben ob das witzig ist mit der 3 ich weiß es ja manchmal selbst nicht so genau und jetzt spricht man natürlich über das wichtigste in einem black in hybriden über den antrieb bzw die antriebe man sieht auch so premium bmw hier geht schön einfach die klappe auf muss man keinen arm hier irgendwo einhängen und schaut mal wie aufgeräumt hier dieser motorraum ist das ist ja schon krass steht hier drauf bmw x drive bedeutet natürlich allrad antrieb das heißt wir können die kraft flexibel von vorne nach hinten verteilen ja jetzt hier drin erstmal was haben wir die basis bildet und zwei liter verbrenner mit 184 ps 300 nm und zusätzlich haben wir im gehäuse der achtgang wandlerautomatik hier drin 109 ps starken bzw 265 newtonmeter starken elektromotor insgesamt haben eine systemleistung von 292 km h 40 km h davon entfallen dem over boost ja und das sind ein 420 newtonmeter jetzt wiegt dieses auto allerdings 2065 kg ist kein leichtgewicht sondern hat er so das gewicht von wiegt ein elefant zwei tonnen es ist auf jeden fall ein schweres auto braucht dafür auch relativ viel drehmoment und kraft um eben in 6,1 sekunden auf 100 zu beschleunigen wird auch rein elektrisch 110 bis 135 km h je nach fahrmodi schnell und insgesamt wird dann 210 km h schnell jetzt ist allerdings die frage ja das sind ja alles interessante werte ehrlicherweise sehr vergleichbar mit den vergleichbaren verbrenner motoren aber jetzt hat man ja was hast du gebraucht ja und angegeben ist der normverbrauch zwischen 2,2 und 2,4 liter bis 17,2 kilowattstunden strom auf 100 km jetzt sagt er was ist das für ein wert also ich würde sagen ist der akku voll und fahrt rein elektrisch könnte mit 20 kilowattstunden da drin unterwegs sein wenn er natürlich nicht zu schnell fahrt wenn er dieses auto mit leerem akku was er nicht machen sollte als reinen verbrenner fahrt dann werde da zwischen 7 und 8 liter brauchen wenn er schnell fahrt 9 und damit ist dieses auto halt sehr vergleichbar mit einem diesel antrieb aber viel flexibler weil naja wir haben am tag im schnitt eine reichweite beziehungsweise ja ein weg den man zurücklegen müssen von 36 km mit den 45 km reichweite hier drin könnte man theoretisch immer rein elektrisch unterwegs sein wir haben allerdings auch ein verbrenner drin und könnten das auto auch auf der langstrecke nutzen wenn wir es nur auf der langstrecke nutzen ergibt es halt ganz wenig sinn weil da schleppen wir einfach ein zusatzgewicht mit aber ich mag die flexibilität von plug-in hybriden und inzwischen finde ich ergeben sie wirklich sinn die große frage ist jetzt schafft der typ erst die rückbank hochzuklappen hat er geschafft und die zweitgrößte frage ist passt er da hinten rein sollte also sitzen manchmal rein da sitze ich jetzt kein panoramadach den dunklen himmel und wenn ihr einfach mal in den raum riecht was ihr nicht könnt sondern nur ich und euch den anschaut dann seht ihr hier das ist ein bmw das ist clean das gut designt das ist natürlich auch mit ein bisschen hartplastik hier aber das ist relativ wenig wir haben hier ein helles leder hier ein bisschen plastik in der tür zwei usbc stecker hier eine digitale anzeige wir haben hier zum beispiel ja auch eine armauflage dann mit einer durchreiche für die ski das ist ja ein allradmodell damit will man auch skifahren gehen können isofix heißt es glaube ich hier spätestens seit meine freunde alle kinder bekommen wie die man das halt so macht zurzeit ist das ein großes thema schaut mal in die tür holzelement hinten abgedunkelt wie gut das verarbeitet ist und praktisch aber was jetzt natürlich viel spannender ist es wie ist es da vorne und was ist da plug-in spezifisch und dann natürlich auch wie er sich fährt ja kommen wir zum innenraum und euch interessiert natürlich jan woran erkennt man jetzt dass es ein plug-in hybrid ist naja wir haben hier diesen kleinen e drive schalter und ansonsten erkläre ich euch das jetzt im detail erstmal der innenraum ist bmw typisch toll verarbeitet schöne ziernähte zwar ein plastik drin bisschen aber echt gut hier holz drin wir haben noch knöpfe wir haben eine induktive ladebuchse hier drin werden tolle sitze hier und schönes wir haben dieses 8,8 zoll große infotainment serienmäßig im plug-in hybriden wir haben eine standheizung eine standkühlung serienmäßig was sehr schönes und wir haben den neuen i drive schalter hier drin was auch gutes aber jetzt erst mal stück für stück sitzposition findet man gut ist ein bmw ist ein fahrer auto ist mir immer wichtig dass ich die direkt finden was haben wir hier drin head-up display direkt in die scheibe da ist vorne als so ein großes loch drin aber nicht auf so eine plexiglasscheibe nein direkt in die scheibe rein wir haben hier ein großes digitales cockpit das kann man verstellen hier da oben das sieht man dann ja den durchschnitt verbrauch als kw wert man sieht ps newtonmeter kann sich dann ja die reichweite anzeigen lassen kann sich dann ja verbrauch bordcomputer zeigen lassen links ist dann die geschwindigkeit die man fährt rechts ist dann die anzeige darüber rekuperieren war gerade gehen wir gerade energie aus aber dazu kommen wir beim fahren rechts ist der ladezustand der batterie das nicht mehr so links ist der ladezustand von unserem tank also der füllzustand sagt man ja und dann haben wir hier schöne schaltpaddel am lenkrad klein die sich mit drehen hier vorne wir haben eine lenkradheizung hier wir haben links alles zu den assistenten abstandsregeltempomat spurhalterassistent ist links und rechts ist dann sprachsteuerung telefon lenkrad bmw gewohnt fleischig da hatten wir mal was in der hand das ist gut in der tür auch schön holz da fühlt man sich schon echt richtig wohl hier drin start stopp knopf hier oben hier unten eben induktive ladebuchse für mein handy sehr gut ich kann dieses ganze fach auch zu machen dann ist hier direkt aufgeräumt ne kerr woche wieder schwabe sagt dann haben wir hier noch platz in der mittelkonsole usb stecker hier unten noch davon müssen usb stecker wir haben dann hier noch ein handschuhfach in der tür platz ist schon sehr durchdacht und hier haben wir so ein lady schäfer gangwahlhebel für die achtgang automatik es gibt es auch noch in der sportlichen variante also steptronic sport und jetzt wird es natürlich erst mal interessant fahrmodi wir haben hier sport sieht da da vorne komfort eco pro soweit kennen wir das von bmw individual konfigurieren was passiert die dämpfung können wir ändern wir haben ein adaptives fahrwerk drin die lenkung wir haben hier ja die sportliche lenkung optional drin motor das ansprechverhalten getriebe können wir hier ändern und da vorne machen wir dann das esc aus hier die traktionskontrolle dsc heißt das bei bmw natürlich die stabis eben weg das lässt man aber ehrlicherweise drin wenn man nicht kann michael schumacher heißt und jetzt wird es interessant wir haben hier den knopf das ist wichtig für den e drive modus und jetzt hört er schon was habe ich gemacht dass der motor beim anspringt wir haben den auto e drive dann scheitert das auto dann selbst ist manchmal sinnvoll den verbrenner dazu zu schalten wir haben und im auto e drive modus wenn man maximal 110 schnell wir haben den maxi drive modus ja da fahren wir dann halt so lange der akku geladen ist in dem auto rein elektrisch und wir haben den battery control modus heißt wir können einstellen hier da vorne sieht das zielwert einstellen wie viel soll man hier laden da drin und was ist das überhaupt also erst mal fahr ich rekuperiert das auto und könnte er den akku laden nicht an der steckdose sondern einfach durch den fahrbetrieb wäre sinnvoll falls in zukunft irgendwann das mal so weit kommen sollte dass man nur noch rein elektrisch in städte rein kann können was während der fahrt laden über der landstraße auf der automann werden in der stadt und haben garantiert dann reichweite die wir hier einstellen können schon sehr durchdacht sehr gut das sind die drei modi da vorne aber ehrlicherweise machen wir da ja beim fahren dann mehr jetzt wieder maxi drive damit er ausgeht dann haben wir parkpiepsel die wir hier an machen können und eine kamera hier das ist natürlich halt mega klar kamerabild hier vorne ist natürlich auch touch hier kann man das einstellen punkte verwalten aktivierungspunkt hinten sehr gut gemacht bergab fahrhilfe haben wir hier ist ja ein suv ich finde auch schön dass wir hier für die klima noch echte knöpfe haben weil ganz im ernst weisen meine eltern ob die das immer so geil finden da vorne alles drin zu machen ich habe keinen stress damit 8,8 soll das ist groß dieses system wir haben hier auch quasi diese ebene wo wir uns individuell konfigurieren können wenn man dann länger drückt kann man das dann einfach einstellen da ist ganz einfach wie so ein homescreen auf dem iphone können wir das dann machen ja und zurück jetzt immer wieder über menü und ihr seht allerdings ich bin so ein alter freak und fan von diesem i drive schalter ich fand ihn immer geil ich habe dann immer vermisst und das haben wir also media da oben in der online anbindung dann apple kabel android auto natürlich sowieso navi und jetzt wenn man mal suche eingibt sieht man was dieses system kann ich kann nämlich auf diesem pad hier schreiben also ich schreibe jetzt ein haar drauf das ist mega geil wenn man es lenkt nicht vom fahren ab dieses system braucht keine sprachsteuerung und das ist halt eben einfach gut ich habe mich da so dran gewöhnt ja und dann haben wir fahr info hier die fahrdaten zum beispiel wir haben eine sportanzeige hier wir haben eine offroad anzeige und eine anzeige die man beim fahren unbedingt zeigen müssen die energiefluss anzeige vorne ist das motor package dann haben wir eine lamellenkupplung über die wir die flexibel die kraft nach hinten bekommen ich hoffe ich vergesse später nicht fahrzeugstatus laden klima planen kann man hier das laden planen das auto vorheizen oder vorkühlen und weiß man muss morgens um fünf los und das winter kann man das auto eben auch eine gewisse temperatur bringen wenn man verschiedene fahrprofile und jetzt apps sind halt mega geil man kann sich da hier irgendwie news vorlesen lassen schaut mal hier man kann sich dann auch bei charge now anzeigen lassen wo sind die letzten ladestationen man kann sich dann auch im navi anzeigen lassen wo die nächsten ladestation sind bmw connected rettungsgasse und wir haben da einen eigenen app store ist schon mega geil was ich jetzt noch unbedingt zeigen will ist wenn wir jetzt hier mal auf menü gehen media dann sehen wir hier radio jetzt passt mal auf gestensteuerung das sagte oder feine herr weizenecker mensch gestensteuerung kann ja stimmt aber jetzt haben wir genug gepostet ich denke dafür sind die systeme auch oft da jetzt fahren wir einfach mal los und jetzt war dieses auto natürlich an und jetzt hört der verbrenner geht auch an wir zwingen den aber mal im maxi drive modus elektrisch los zu fahren und jetzt hört da wir können losfahren und ihr hört erst mal nix und das ist natürlich das schöne an den plug-in hybriden weil wir lautlos vor uns hin gleiten können rückfahrkamera ist jetzt hier dass er die auch mal seht wir müssen ja wenden hier im schwarzwald gefahr beim fahren steht nicht mehr weil der schwarzwald rambo wie die verrückte noch rambo mäßigere bildzeitungen genannt hat er ist ja weg so aber jetzt genug wir schalten jetzt mal einfach in den auto e drive modus der entscheidet für uns da müssen wir gar nicht viel machen und was merken wir jetzt erst mal merken wir sitzen hoch ein fleischiges lenkrad in der hand wir haben tolles sitze und wir haben halt ein riesen gefühl von luxus und sicherheit hier drin und das lieben die leute eben halt an es wie es erst mal und dann merkt man im nächsten schritt wenn man hier so fährt dass der sehr kultiviert ist und jetzt habe ich natürlich geguckt 30 i 30 d haben relativ vergleichbare werte hier drin jetzt in der beschleunigung die werden allerdings 240 km h schnell und haben auch ein beschleunigungswert immer von um die sechs sekunden auf 100 und dann sagte der hat 6,1 hat aber mehr ps woran liegt es wiegt eben 100 bis 200 kilo je nach ausstattung je nach motorisierung mehr als die reinen verbrenner kollegen aber wenn man jetzt hier mal aufs gas drückt merkt man alter der fährt sich richtig kultiviert der liegt satt auf der straße mit dem adaptiven fahrwerk hier und dann fragt man sich so ein bisschen boah ist der gut und das fühlt sich richtig gut dann das auto wiegt halt 2065 kilo und jetzt erzähle ich euch mal eine verrückte geschichte so ein range rover evoke ist echt kein leichtgewicht aber die leute lieben das fahrgefühl da drin weil der schwer der liegt satt auf der straße und jetzt haben wir natürlich ein bmw was macht bmw aus schalten wir hier also mal in den sportmodus zwingen wir also alles in diesem auto auf attacke dann macht er richtig spaß aber jetzt habe ich euch natürlich eine sache vergessen einzustellen und wieder nicht eingehalten gehen wir zu auto infofahrzeug status info energie fluss anzeige und jetzt seht ihr hier schön was passiert welcher motor arbeitet wie bekommen wir die kraft nach hinten da wie ist der füllzustand vom akku und das ist halt eben nicht nur was für so technik verrückte heizer wie teilweise mich sondern eben auch was dafür technik verrückte eben weil da haben wir halt die möglichkeit auch die volle rekuperation hier raus zu fahren sportmodus eben alle sportlich hier drin 420 nm setzen auf attacke beschleunigen dieses auto auf maximal 210 aber das ist ja nett dass er das kann eigentlich wollen wir ja mit diesem auto hier schön ein bisschen energie sparen also schalten wir hier mal auf den eco modus standard oder noch besser auf den e drive modus und da haben wir eben auto e drive da wird der 110 kmh maximal schnell und entscheidet dann immer was ist jetzt gerade der sinnvolle antrieb wir haben ein suv also eine gute bodenfreiheit heißt wenn du so zum traktor hier entgegenkommt da können wir auch einfach mal so einen kleinen hang hochfahren oder auch nicht und können eben schön dann flexibel über den berg fahren so ist der wendekreis der ist natürlich echt ganz gut und jetzt habt ihr hier wieder die energiefluss anzeige und das auto entscheidet jetzt zum beispiel wenn ich einen kickdown macht kommt der verbrenner dann dazu mache ich es nicht und ist der ladezustand vom akku groß genug entscheidet der sich hier drin halten natürlich definitiv dann für die reine e variante reden nachdem wie schnell wir sind und jetzt machen wir da vorne eben maxi drive also wird alles gezwungen hier drin dass wir sagen ja okay also rein elektrisch jetzt wird der 135 km h schnell und jetzt gleiten war halt eben schön vor uns hin wenn wir dann beim e drive modus battery control machen merken wir schon dann geht der verbrenner er anziehen wir jetzt 100 prozent füllzustand was spannend ist und dann haben wir halt eben noch zusätzlich den adaptive modus hier vorschauen vorausschauende abstimmung des fahrzeugs da müssen wir gar nichts machen was viele auch schön finden haben den sport modus hier drin und fahr immer in dem ehrlicherweise dann kann man hier richtig spaß haben und ich habe es euch ja schon gesagt das fahrwerk fühlt sich gut an die achtgang wandler automatik hier drin ist nahezu perfekt da kann und will ich überhaupt nicht mäkeln zwar wer kann weicher werden kann härter werden da haben wir halt echt eine gute abstimmung die lenkung ist toll ist auch flexibel hier drin was mir sehr gut gefällt ist ein bmw ist im segment mit porsche wahrscheinlich bei den suvs und generell der fahrdynamisch der hersteller und dann ist natürlich eine große sache ja ok jan was hast du gebraucht dass der bmw hier sportlich ist haben wir erwartet und dann waren wir hier drin halt nahezu immer wenn wir rein elektrisch gefahren sind das macht echt auch spaß hier hin und her zu switchen ja bei etwa 20 kilowattstunden auf 100 kilometer waren wir allerdings in so einem mischbetrieb dann waren wir manchmal ja und das war dann ganz unterschiedlich je nachdem wie unser fahrprofil eben war ja zwischen was soll ich sagen wirklich drei bis sieben liter unterwegs wenn man dann den verbrenner in dem sportmodus wie hier jetzt rein gemacht haben dann waren wir halt dann auch mal auf neun liter wenn wir richtig spaß haben wollten und das sieht man dann halt tatsächlich ganz schön es macht halt wirklich einen unterschied wie far wie ich mein gasfuß einsetzt ob ich dieses auto lade oder nicht und jetzt ist halt immer wichtig wenn ihr ein plug in hybriden kauft dann müsst ihr den natürlich so oft wie möglich an der steckdose laden wenn ihr das nicht macht dann ergibt dieses auto einfach gar nicht so viel sinn sonst schleppt man einfach nur einen sehr schweren akku mit sich rum das kann man natürlich dann machen für die förderung aber dann ist man natürlich so eine kleine umweltsau und das will man ja auch nicht ich mag an diesem system dass es sehr flexibel ist ich schätze die insgesamte reichweite hier drin wenn man will auf knapp unter 700 kilometer was den lang strecken tauglich macht was ihn rein elektrisch gut in der stadt macht und das interessante hier drin ist wenn man also ein stück rein elektrisch gefahren ist dann will man eigentlich gar nichts mehr anderes und dann haben wir hier den x drive drin bei bmw der ist relativ bewährt dieses auto klebt in der kurve leicht hecklastig abgestimmt heißt wir bekommen auch wenn wir ganz schnell fahren leichte driftwinkel zu was auch schön ist ja der liegt auf der straße ehrlicherweise obwohl es ein suv ist wie so ein kleines brett da haben wir eigentlich nicht das problem mit hohen bank bewegungen hier drin und das ist jetzt halt auch schön das sind kompakte ausmaßen mit einem x5 hätten das hier jetzt in so einer engen stelle schon eher schwer gehabt bei den assistenten ist halt mit einer schildererkennung mit einem abstandsregeltempomat mit einer spurhalte mit einem spurhalte assistent mit natürlichen toten winkel warner alles drin im teil autonom level 2 zu fahren dann jetzt sind wir hier auf dieser straße und dann merken wir halt bmw das macht halt spaß das ist noch so echt freude durchfahren oder wie war der slogan mir gefällt dieses auto wirklich von der abstimmung ausgesprochen gut 420 newtonmeter sind halt auch wirklich eine wucht ja und jetzt will ich eigentlich gar nicht noch mehr zählen zum fahren weil arg vielmehr fällt mir auch gar nicht ein es ist ein tolles auto aber ich mache immer den gleichen fehler ich nehme zu viel vorweg vom fazit was wir machen wollen ist zurückfahren und ich werde euch ein fazit zaubern bis gleich sprechen wir so ein bisschen über das fazit mir fällt jetzt auch nicht wirklich gut das 1 zur zahl 3 macht aber gar nichts ich mache es einfach ohne die drei am schluss ja was kann ich euch sagen dieses auto ist für mich eines was ich mir kaufen wird sagt der autotaster typ wird sich kaufen ja das meine ich auch so warum eigentlich ja wir haben ein tolles auto in der größe die ich sehr spannend finde da bekommt man halt die familie unter damit findet man der stadt allerdings auch noch einen parkplatz damit hat man halt ein großes suv was zurzeit alle wollen kann man sich auch darüber streiten hat aber gleichzeitig eben relativ kompakte ausmaße beim antrieb ist es da drin so wir haben die flexibilität von einer reinelektrischen reichwert um 45 kilometer haben insgesamt 700 kilometer große reichweite ist mega wir haben hier ein premium produkt der innenraum ist toll verarbeitet werden modernes infotainment da drin werden moderne konnektivität wir haben eine konnektivität die auch so ein bisschen hand in hand arbeitet mit dem plug-in hybriden antrieb findet tankstellen für uns und dieses auto ist irgendwie präsente status symbol was die leute ja lieben aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen klassisch was mir gut gefällt ja und jetzt habe ich hier eine preisliste dabei und da seht ihr dann schon ja mensch janni erzähl doch mal was kostet denn jetzt dieses auto geht los bei 45.000 euro als 20i was ich sehr gut sind als preis und dann ist natürlich die frage was kosten jetzt so ein vergleichbarer diesel der 30 d zum beispiel der kostet 56.000 euro und da sagt er okay und was kostet jetzt hier zum beispiel der 30 e mehr nüscht der kostet nämlich auch nur 56.000 euro sagt er nur hast du einem schwimmer 56.000 euro dafür arbeite ich eine woche das sind ja 56 iphones das sind ja 56 urlauber und ballermann also ja weil man hat halt jetzt zu und iphone habt ihr ja auch schon und wenn man was gutes will kostet auch geld was schön ist ihr könnt bei dem auto wirklich sparen weil wenn das auto jetzt irgendwie schaffen sollte unter 60.000 euro zu kosten mit dem bruttolistenpreis ja dann bekommt er 5.500 euro vom start zurück aber die meisten die leasen ja oder nehmen dieses auto als dienstwagen und dann zahlen sie statt einem prozent 0,5 prozent dienstwagensteuer was spannend ist und im leasing haben wir ein leasing vergleichsplattform an der hand hallo go leasy ja und das ist eben eine plattform oder eine suchmaschine die den garantiert besten preis unter den teilnehmenden portalen wie vehicule wie leasing markt wie null leasing für euch raussucht da geht da einfach drauf gibt dieses modell ein und dann findet einen guten preis oder ihr gibt einen goleasy slash auto tester und dann kommt unser x3 plug-in hybrid und ihr müsst euch die ganze arbeit nicht machen schaut da gerne vorbei könnt ihr machen müsst ihr nicht ich finde das ist eine tolle sache sonst würden wir nicht kooperieren hier seid ihr allerdings gelandet bei www.demautotester.de eurem autotester das vertrauens lasst mir gerne euer feedback da wir diesen gefunden habt wir dieses auto findet was er vom schwarzwald erhalte der wald rambo ist leider gefasst tut mir ein bisschen leid der arme übrigens so wie er da unten steht hätte ich fast vergessen koste halt 78.000 euro mit der ganzen ausstattung in der x-line da drin aber so ist es immer mit test wegen abonniert uns auf instagram facebook youtube tik tok macht die glocke an vor allem hier auf youtube würde mich sehr freuen das ist unsere belohnung und euer lohn oder andersrum ich bedanke mich für euch für euch bei euch und bis bald in einem anderen zirkus